Die Stimmung bei den Feuerwehrkameraden ist sehr mies. Das ist das vierte Mal bei demselben Landwirt und insgesamt das fünfte Mal im letzten Jahr. Weil das der vierte Brand ist, hat die Versicherung gekündigt und es ist nicht mehr versichert. Ich muss den Schaden also alleine tragen. Wir werden wieder wie gehabt das Feuer kontrolliert abbrennen lassen. Also mit dem Bagger werden wir vorgehen, das zerstreuen und abbrennen lassen und dann wird es auf einen Weg gehen. Ich habe eine Idee und zwar eine Belohnung aufzusetzen bei der Ergreifung des Täters. Ich hoffe, dass das vielleicht Erfolg haben kann. Man sieht ja bei den vielen Bränden hier in der Gegend bisher ohne Erfolg. Man hat niemanden gefasst und vielleicht ist das eine Möglichkeit den Täter zu fassen. Wir können keine Sachen hier retten oder was auch immer. Es ist hinüber. Unbegreiflich. Wenn Menschen was wollen von mir, sollen sie zu mir kommen und nicht so einen Schaden anrichten. Ich begreife das nicht. Was geht in den Köpfen vor? Die müssen krank sein, diese Menschen.